einen wunderschönen guten tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen webinar stele trader nfp live trading bei fxflat mit dirk hilger und mein name ist nelson cardo soneto und ich begrüße den namen von fxflat so wieder ein monat vorbei heute wieder die wichtigen nfp zahlen mal schauen ob wir heute wohler kriegen oder nicht aber bevor wir das sehen müssen wir uns einmal mit dem risikohinweis beschäftigen wie immer dient dieses seminar auf gar keinen fall als handelsempfehlung beziehungsweise bitte auch nicht als anlageberatung verstehen es geht nur zu schulungszwecken und sie müssen ihre eigene entscheidung treffen ja ich lasse es noch ein bisschen stehen denn es ist ein wichtiger punkt und für alle die gerade die aufzeichnung schauen können sich das in ruhe durchlesen gut dann offiziell noch mal schönen guten tag dirk freue mich mit dir wieder das webinar hier zu machen und übergebe sehr gerne bildschirm wünsche viel spaß und viel erfolg jetzt ist er doch eingeschlafen ich habe gedacht ich schicke mal das bild zuerst ja vielleicht mal eine reihenfolge ich muss ja hier so ein bisschen unterhaltung reinbringen neuigkeiten du so nein spaß also hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner seite zu den nfp ist und wie immer versuche ich halt so ein bisschen darauf aufzusetzen was ich halt natürlich auch morgens von mir gegeben habe heute was ja ein bisschen später und versuche natürlich halt auch immer das hat leider nicht so ganz funktioniert auch einen trade mitzubringen in die nfp ist aber da ging es in den letzten tagen doch noch mal ein bisschen arg rauf und runter im gesamten markt eigentlich querbeet von den indizes bis halt irgendwie über gold und was ich halt hier auch mal mit drin habe und das hat es leider nicht so ganz einfach gemacht bei gold ich fange gleich mal tatsächlich auch mit gold mal an dass wir das zuerst mal machen das müsste das hier sein genau da hatte ich ja beim letzten mal mit den nfp ist gesagt das muss runter und aber wie das mit gold manchmal so ist es war ein bisschen zickig die ganze geschichte gelaufen hier in dem bereich sind wir gestartet bei den letzten nfp ist und es ging aber dann halt noch mal kurz hoch also noch mal hier das sind ja die ganzen linien die ich halt auch immer drin habe hier im gold die ganze zeit jetzt seit einem jahr sammle ich die hat immer nur zu den nfp ist damit man es auch so ein bisschen nachvollziehen kann und da hatte ich ja halt gesagt das war hier in dem bereich dass wir halt eigentlich generell im gold hat immer noch im abwärtstrend sind auch wenn es hat hier hochgelaufen ist das ist hat noch kein trend sondern es ist hat erstmal nur der versuch da aus dem abwärtstrend rauszukommen und da oben durch zu preschen und habe ich halt auch gesagt das wird nicht funktionieren nicht ohne dass wir halt einmal hier unten noch mal gewesen sind das ist halt hier der bereich 1250 fängt der an bis 1240 würde ich am liebsten gerne runter und dann kann das ganze funktionieren und jetzt hier beim letzten mal wie gesagt ein bisschen unglücklich dass erstmal noch mal hochgelaufen ist hier an dieses cluster hier oben an der stelle was ich davor auch eingezeichnet habe das kann ich hier noch mal ein bisschen weiter rüber ziehen vorausgesetzt der lässt mich das hier selektieren sieht aber irgendwie gar nicht so aus das funktioniert nicht so wirklich das war natürlich hier so in der aufwärtsbewegung war das halt so der letzte support an der stelle dann sind wir da hoch das waren damals auch ich glaube die fmc und von da ging es dann halt erstmal durch dieses cluster runter und das war so ein bisschen das problem muss ja noch ein bisschen zurück oder damit man den trend auch so ein bisschen versteht das problem hat einfach dass er hier nicht runter gekommen ist das heißt hier haben wir dann noch mal ein support cluster gehabt beziehungsweise halt nach meinem üblichen ansatz werden erstmal widerstand und der wurde dann durchbrochen und nicht getestet so und dann kam es halt hier runter und entsprechend ist dann halt hier der test mit bisschen verzögerung noch mal erfolgt hat es dann halt noch mal hochgeschoben das passt so weit und dann war die nächste bewegung hat noch mal hier in dem bereich bin davon ausgegangen bei den letzten fb brechen da direkt durch aber das sind einfach auch die logische konsequenz ist weil wir haben dieses tief hier haben wir unterschritten und in folge dessen ist halt diese aufwärtsbewegung oder hat dieser kurzfristige trend dann hat auch kaputt und in folge dessen ist halt auch dann logisch dass wenn wir hier kein neues hoch mehr machen das ist ja nicht passiert dass wir natürlich dann halt auch ein neues tief hinterher schieben das ist ja einfach nur die normale 123 abfolge an der stelle sondern das ist jetzt hier wie gesagt da waren die letzten nfp in dem bereich jetzt noch mal bis nach oben reagiert aber dann halt letzten enden letzten endes dann doch hier runter und ich habe halt schon versucht vor zwei wochen den trade hier zu starten das war auch in etwa in dem bereich hier oben knapp unter der 1290 das war hier direkt der durchbruch den haben wir halt auch in der gruppe gehandelt und habe aber auch da schon gesagt bei 1269 spätestens beziehungsweise etwa ab dem bereich da wird es halt eng werden weil dort fängt halt das gap an und es dann hat auch exakt hier auf diese blaue linie drauf gefallen und entsprechend dort wurde auch wirklich ganz exakt wie man sieht hat es dann auch reagiert als linie war natürlich auch schon vorher da die ist nicht erst irgendwie nachher dann hat reingekommen und von daher hat nochmal irgendwie neuer versuch und dann habe ich halt vorgestern glaube ich war es noch mal versucht hier habe ich noch mal ein short eröffnet den sieht man jetzt natürlich nicht mehr und ziemlich genau in dem bereich bei der 84 war das glaube ich und leider das kleine ding hier das hätte man natürlich auch ein bisschen mit ein paar punkten mehr nach oben halt den stop versetzen können was exakt hier ausgestoppt worden leider genau an dem hoch und dann ging es halt runter und da ich momentan nicht wirklich dazu kommen hat den ganzen tag mich um trades zu kümmern habe ich dann auch erst zu spät gesehen dass er da wieder weggelaufen ist und habe ihn dann auch nicht mehr aufgemacht aber generell stimmt halt ja die richtung auch wenn es nicht wirklich einfach hat hier zu handeln ist aber wenn man das im spring macht und muss man halt bei gold einfach bisschen geduld mitbringen und funktioniert es halt aber auch weil ich finde halt schon das gold echt sehr sehr zuverlässig ist und sich halt auch wirklich dann an solche regeln also markt technische regeln dann auch recht gut hält auch wenn es manchmal ein bisschen überzeugungsarbeit braucht und viel viel geduld aber wenn es dann mal läuft dann läuft es halt eben halt auch und also hier wäre halt einfach warum ich da halt jetzt auch sage das wäre so der nächste punkt hier unten haben wir halt auch genau das gleiche wie hier oben überall da war der letzte widerstand der durchbrochen wurde und eben nicht getestet im tages chart sieht man das natürlich am besten und ich bin eh der meinung dass gold im tages chart beziehungsweise maximal im vier stunden chart getaktet ist und alles dazwischen kann man eigentlich so ein bisschen vergessen und deswegen dauert es dann halt auch manchmal bewegt sich dann halt lange nicht man sieht aber schon dass die impulse dann hat wirklich schon so ziemlich im vier stunden rhythmus dann halt eben auch kommen und das muss man halt eben auch dann noch bedenken und darf dann irgendwie so finde ich den time frame nicht zu klein werden bei gold wenn man da halt ein bisschen länger dabei bleiben will sondern halt irgendwie schon eine nummer größer und hier wie gesagt haben wir halt das gleiche spiel also hier halt auch entsprechender widerstand der durchbrochen wurde und da fehlt hat genau wie bei den stellen hier oben auch überall da fehlt hat der test und das deckt sich jetzt natürlich sehr gut weil wir halt hier auch abfallende los haben wir haben hier das jahrestief jetzt auch an der stelle und das heißt das ist eigentlich nur eine frage der zeit bis wir dann das hier auch endlich da mal testen wie gesagt fängt hier an bei 1250 etwa und da sollte man auch damit rechnen dass es auch schon ein bisschen tiefer geht und vielleicht auch hier das letzte cluster das auch nicht irgendwie zurückgetestet wurde hier nach dem durchbruch auch noch mal kommt und dann sind wir irgendwo in dem bereich wo sind wir hier bei na komm zeig dich will er nicht kurz machen wir es halt mal so bei 1230 also in dem bereich 1230 bis 1250 dort sollten wir schon stranden und dann halt auch wenn es dort entsprechend auch reagiert und dann kann das ganze ding auch wirklich endgültig nach oben dann auch ausbrechen also das halt so gold glaube ich jetzt nicht dass wir hier irgendwie vernünftig eine position irgendwie eröffnet kriegen vielleicht laufen wir noch mal ein stück weiter hoch in die tageskerze von gestern das wäre jetzt eigentlich typisch weil wir hier hat auch einen neuen außenstab haben und auch die letzte aufwärtsbewegung hier kann das mal ein bisschen größer machen auch gebrochen wurde das heißt da sind wir ziemlich genau dann auch noch mal am ema 200 dass das matcht eigentlich recht gut an der stelle das heißt da vielleicht noch mal hin ein kurzer sprung nach oben und dann so hoffe ich doch dann bis heute abend dann auch hier unten durch das heißt das wäre ein möglicher punkt wo man eventuell das hat versuchen könnte aber ganz klar ohne empfehlung ich gucke hier gerade noch mal mache ich ja immer mal beim letzten mal auch so da ist er wieder der ema 200 im 30 minuten chart deckt sich wahrscheinlich auch ganz genau damit ich mache mal hier irgendwie kurz eine linie hin würde ich jetzt mal darauf wetten ja ein bisschen übertreibung halt hier noch von dem ema 200 und wie gesagt das hat alles knapp unter den letzten aufwärtsbewegungen also da darf es noch mal hin das heißt so in dem bereich dann hat eben eins zwei sieben sechs und dann ist aber auch gut und dann wäre hier halt hier auch langsam mal angesagt dass es halt eben entsprechend runter reagiert blöd wäre wenn man das verfolgen will wenn jetzt natürlich die tageskerze irgendwo da oben drüber schließt dann schieben wir noch mal ein paar tage also kann natürlich sein weil wie man sieht hier ist ja auch ein gap an der stelle ist deckt sich natürlich super damit und das wird natürlich dann verteidigt auf der anderen seite wenn es dann eben durch ist dann ist es wahrscheinlich auch durch und wird so schnell nicht noch mal gesehen so weiter gold rush ja ich würde heute nicht drauf wetten ehrlich gesagt also auch wenn ich weiß dass das eine bekannte strategie ist schreibt hier gerade der robert klar kann natürlich ich meine haben wir alle keine glaskugel aber ich würde Zeiten der bewegen also ich werde es auf jeden fall nicht machen also nicht wenn wir jetzt gerade dabei sind möglicherweise das letzte ding hier zu knacken da kann man glaube ich da auch mal irgendwie drauf verzichten da kann man ja auch glaube ich ist sinnvoller dann dort irgendwo das zu machen wenn er wenn gold hat generell im aufwärtsmodus ist und das ist halt hier einfach gerade nicht so oder machen wir den mal den kollegen dax mal als nächstes so der liebe dax der ist natürlich recht speziell die letzte zeit und gestern haben sich glaube ich auch schon wieder einige zu früh gefreut also was ich so drumherum mitbekommen habe aber ich habe tatsächlich auch gestern geschrieben man soll sich nicht wundern wenn das ding einfach nur noch nach oben drückt auch wenn das im tageschart so erstmal so arg böse aussieht endlich mal ich zeige es mal hier kurz den tages kerzen halt auch das war dann halt die bewegung vom vom zinssatz entscheid bei den amis da ging es halt ordentlich runter und da konnte man natürlich meinen ja so das war es dann jetzt endlich mal jetzt kriegen eine korrektur das ding ist aber halt nur dass das hat einfach auch alles wieder nur ein innenstäbchen waren darauf hatte ich auch hingewiesen und dann auch gesagt muss man sich wirklich nicht wundern wenn es nur nach oben drückt hat es dann auch gestern gemacht noch mal bis ans top und entsprechend also das war hat nur die die oberne bewegung hier den die lunde die wir hier sehen und hat halt bei 303 dann noch mal gestartet und nur nach oben gedrückten tatsächlich auch noch mal höher geschlossen und heute gibt es dann halt die folgereaktion was ich ja hier schon ganz lange auf dem schirm habe das ist die 12.410 wo ich auch gesagt habe bevor wir die nicht haben eigentlich bekannst du nicht wirklich runter das ist natürlich so ein bisschen vermessen das zu sagen ist aber eben auch langjährige beobachtung von dem was der dax da halt macht oder in so einem raster wie ich es nenne wo er sich hat bewegt und da gehört eben die 12 1 1 3 unweigerlich zu 12 4 1 0 das heißt wenn die gekauft ist kommt als nächstes die nächste und dann erst kann man darüber reden ob es runter geht und das passt natürlich auch generell kann ich auch mal hier eine nummer größer zeigen natürlich auch ziemlich gut vom bild her freien von der marktechnischen betrachtung her wir hatten halt hierbei 12.410 und maximum hier oben drüber dass da waren die peaks das ist 12.458 und ab dort ging es ja dann halt eben auch mal ein paar tausend oder das heißt ein paar tausend 2000 punkte dann auch mal runter und wie ich halt immer sage man sollte es nicht unterschätzen denn letzten endes diejenigen die hier oben verkauft haben man weiß nicht was die mission ist von denen und die haben halt hier einfach wieder die chance zum gleichen kurs alles zu verkaufen keiner von uns weiß irgendwie ob die noch größere pakete haben die jungs und mädels die damals halt hier wirklich auf den großen knopf gedrückt haben oder ob die fertig sind man weiß es nicht und deswegen muss man damit rechnen weil man es hat eben nicht weiß das hat hier oben nicht so ohne weiteres durch zu handeln ist weil entweder es gibt mehrere möglichkeiten entweder diejenigen die das damals gemacht haben haben hat hier gesagt haben halt hier noch mal irgendwie noch mal pakete diese loswerden wollen dann gibt es diejenigen die hat darauf spekulieren und da gibt es die anderen die darauf spekulieren dass hier oben die stops liegen also bewegung werden wir hier kriegen in dem bereich aber eindeutig in einer richtung glaube ich nicht dran ja ich habe die uhr im blick sind noch zehn sekunden wir gucken uns vielleicht zuallererst mal kurz den dauern was der jetzt treibt da hatte ich nämlich geschrieben eigentlich oder gibt man auch oben eine runde hier sieht man schon geschrieben eigentlich ist bei 393 eigentlich ne quatsch nicht 393 muss ich selber müsste ich gucken was ich da geschrieben habe also noch mal knapp drüber in dem bereich da sollte eigentlich langsam schluss sein und da hat jetzt auch drüber gekippt kommt auch prompt noch mal hier hin das ist auch das value area high von gestern und dann sollte das eigentlich runter so aber der dau hat aber hier halt auch das darf man hat nicht so ganz verkennen hier hakt leider so ein bisschen was ich habe hier überall beta versionen drauf aber die müssen halt auch mal durch einen hardcore live test hierdurch was wollte ich jetzt gerade sagen der hat natürlich hat eben auch die chance also ich hatte gestern auch gesagt so sehr sehr wahrscheinlich kriegen wir die 215 hier unten dem bereich und da muss man gucken was die hat wirklich noch kann ob die als support dann auch noch taugt oder hat eben nichts kam dann hatte auch gestern und das deckt sich hier auch ganz gut mit dem ehemals 200 im vier stunden chart und hat auch prompt ordentlich reagiert so jetzt haben wir halt hier natürlich auch den bruch von den letzten supports sieht man ja ganz deutlich hier in dem bereich und das heißt da sind wir wirklich mit dem außenstab durch und deswegen habe ich auch gesagt eigentlich so mit bisschen übertreibung noch über der 393 ist eigentlich feierabend irgendwann mal also das wäre jetzt halt mal die die eigentliche richtung so ist natürlich halt auch immer nicht ganz einfach weil ich meine da darf hat eins nicht vergessen dass hier da kam halt auch nichts mehr nach das heißt es kann natürlich jetzt einfach sein weil wir hier hat auch hier wiederum so ein bild haben wie üblich wir haben halt hier widerstand ja an der stelle club verkauft und nicht wieder getestet deswegen rede ich schon seit vier wochen davon dass die 215 wieder sehen will weil die hat einfach fehlt im bild das heißt wir sind hier eigentlich seitwärts im moment weil wir halt hier jetzt diesen auch entsprechend hier nach dem also die paritäts umkehr so nennt man es ja weil wir halt hier auch noch mal runtergelaufen sind und die sehr sehr spät nachgeholt haben die 215 nichtsdestotrotz sieht man ja da haben noch einige andere darauf gewartet und die haben hat auch prompt zugeschlagen und das kann natürlich jetzt sein wenn wir halt hier wenn das natürlich entsprechend wenn da hat noch viel hinterher kommt ja also an käufern und wir noch mal hier drüber laufen über die 452 und das war die marke wo ich beim letzten mal angeführt habe wo ich auch gesagt habe darüber sollte man erstmal schwarz suchen nicht long da waren wir hier und da ging es auch entsprechend runter und auch die ganze zeit hat es sich hier sehr sehr schwer getan und hat hat hier so ein bisschen was drüber gebaut ja aber immer wieder die 452 und gestern halt dann noch mal und dann punkt genau hier abgeholt und dann noch mal runter also nicht einfach finde ich und kann tatsächlich in zwei richtungen halt aufgehen ausgehen die ganze geschichte und deswegen lege ich mich da wirklich ungern heute fest wie das ganze auch aufgehen wird weil hat hier einfach wirklich die beiden aufeinandertreffen die einen die hier sagen das war mein kurs da will ich halt kaufen die auch augenscheinlich da gewesen sind und natürlich hier die anderen die gesagt haben hier oben ist endgültig feierabend und deswegen sehr sehr schwer also wenn das hat hier funktionieren soll mit short dann darf er wirklich eigentlich schon nicht mehr mehr dran kommen an die 452 sondern muss hier direkt wieder runter drücken und dann sollten wir halt irgendwo dann um 16 uhr da unten mit einer schwarzen oder roten kerze stehen oder wie auch immer und hier oben nichts neues mehr hinzugekommen sein deswegen finde ich schwer wirklich schwer hier irgendwo sich festzulegen weil für short ist es halt irgendwie nicht wirklich hoch genug also schon ja wenn man halt gesagt das war es wenn man daran festhält dann passt es hier ja bis jetzt bis jetzt ich habe wie gesagt geschrieben 393 das ist genau hier mit bisschen was drüber ist okay ja das bisschen was wäre halt dann auch hier vielleicht noch der nächste punkt da sind wir bei 424 425 in dem bereich alles noch okay aber drüber darf es dafür eigentlich echt nicht mehr laufen und entscheiden wir jetzt halt hier nach meiner herangehensweise auch einen stundenschluss der dann eben auch deutlich drunter ist am liebsten unter der 393 aber sobald wir hier noch mal irgendwo den bereich an kratzen dann wird es wahrscheinlich ungemütlich dann sollte man irgendwie noch mal eine etage höher und dann sind wir vielleicht schon wieder bei ich habe hier alle gar nicht beschriftet leider aber da sind wir dann schon wieder bei der 651 652 und dazwischen ist dann halt eigentlich luft so wie ich das halt sehe ja so schreibt gerade jemand dax macht mal eben 40 punkte gehen wir noch mal zurück zum dax und da außer nicht wahnsinnig viel passiert so ein bisschen was ich befürchtet hatte dass wir da halt auch ein sprung drüber kriegen hatte ich auch geschrieben dass wenn er die so sich von unten ranschleicht so hatte ich ja formuliert an die 410 und dann habe ich da so meine zweifel dass das dann hat irgendwie reicht und habe dann deswegen die 458 auch noch mal ins spiel gebracht auch wenn wir da jetzt noch nicht genau dran waren aber das heißt ja nicht dass die noch nicht auch noch kommen kann ich glaube ich brauche mal irgendwie neuen server der schläft hier ein das ist wirklich langsam nicht mehr feierlich sondern das war jetzt dann halt irgendwie auch die 138 von gestern gut das und ein pivot haben wir hier halt auch noch aber das hält ja seltenst irgendwie dann auch genau und aber nichtsdestotrotz geht es natürlich jetzt hier wieder zurück auf die 410 das war halt einfach auch mal abgesehen davon von dem was ich vorhin gezeigt habe in punkto marktechnik natürlich hat auch ein punkt 410 im kassa die halt sehr sehr viel gehandelt wurde und so ist es ja halt immer dass halt levels die halt gehandelt wurden werden auch wieder viel gehandelt also mit anderen worten wo volumen war wird auch wieder volumen sein und mit der werden wir uns heute sicherlich noch ein bisschen beschäftigen mit der 410 auch wenn das aussieht als würde da irgendwie großartig drüber laufen ich glaube da noch nicht dran und hier oben wäre halt kann sie noch mal irgendwie kurz zeigen hat auch das maximum erst mal jetzt von der letzten aufwärtsbewegung hier und das heißt wie ich ja gerade gesagt habe hier wird auf jeden fall da wird es halt eng und da wir kriegen wir auch wohler und da wird ein bisschen was passieren und das sieht man jetzt auch schon da läuft er nicht mal eben drüber sondern da treffen natürlich jetzt schon einige aufeinander und da muss man halt einfach dann auch mal gucken wie das ganze halt ausgeht also wie gesagt leider nicht unbedingt ein markt der jetzt halt so ohne weiteres hier live gut zu handeln ist also auch hier viel long so ein bisschen glückssache man dann hat oben auf ausbruch dann halt setzt und man pech hat kriegt man natürlich dann auch ein recht ordentliches gap und hat dann auch nichts davon sondern hat dann irgendwie slippage von irgendwie 10 15 punkten und ist dann schneller im minus als man gucken kann das heißt da hätte man wirklich hat dann vorher eröffnen müssen aber ich bin heute morgen ist auch nicht wirklich dazu gekommen mich hier um den trade zu kümmern den ich dann hat hier noch hätte mitbringen können das war halt bei mir heute leider zeitlich so nicht drin so aber nichtsdestotrotz ich meine ich habe ja meine einschätzung abgegeben und wenn jemand lust gehabt hat da hat irgendwie was drauf zu setzen und er kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht haben heute noch oder eigentlich eher im gegenteil der müsste eigentlich dann auch noch irgendwie in der position drin sein und irgendwie jetzt gemütlich zucken was dann halt da passiert so jetzt kriegen wir schon ordentlich gegenwehr auch noch geht mal eben fast 50 punkte drauf und wieder runter aber halt hier in sohn doch da halt irgendwie reinhandeln schwierig so ich gucke mal gold was da zwischenzeitlich passiert ist ja das geht tatsächlich hat hier den punkt hat an in dem bereich wäre wieder typisch zwar am letzten mal genauso bei den nfp ist hingelaufen zum ema 200 der auch dann wieder zu irgendwas gepasst hat dann erst mal wieder runter und hier passt natürlich dann halt auch einiges vor dem aspekt dann halt auch zusammen also da könnte man tatsächlich mal gucken ob das hier passt ja da kann man ja irgendwie tatsächlich mal eine kleine oder mal hinsetzen und ich glaube das wäre es schon wert ich kann jetzt auch hier mal ein bisschen luft lassen mit 20 punkten stopp aber das wäre halt schon eine möglichkeit wo man das versuchen könnte das auch dann mal einzufangen eben aus den gründen wie ich es vorhin gezeigt habe so nachher hier oben ich habe angeblich alle timeframes ausgewählt wie man sieht der ist irgendwie nur so ein bisschen überfordert hier bei mir da läuft ein bisschen viel drauf jetzt kommen hier schon wieder die nächsten läster backen mensch dirk hast du etwa verpennt ja ich habe heute morgen tatsächlich mal ein bisschen länger geschlafen als geplant als üblich kann man ja auch mal machen und wenn man üblicher rhythmus besteht tatsächlich irgendwie darin so im 2 uhr zu schlafen und um sieben halb acht wieder auf der matte zu stehen und ab und zu bekommt es dann einmal dann dauert es halt auch mal länger aber macht ja nichts ist ja nichts angebrannt passt ja alles erst mal soweit so wo sind wir hier im daumen gucken dass der sich hier so zwischenzeitlich zurecht gezappelt hat also nicht viel also da da sollte man natürlich dann auch mal gucken was man hier irgendwie im kleinen time frame dann auch irgendwie passend dazu hat wenn man hier unbedingt halt darauf wetten möchte dass es das war also wir haben hier oben ich mal auf den 15 der reicht da eigentlich auch dafür ja mal hier oben einfach so ein paar lokale hoch und dann auch noch mal hier ein pivot bei dem ja eigentlich echt schon wieder zu hoch ist das heißt weil da wären wir schon wieder über der 452 aber natürlich nicht über diesen hoch an der stelle von gestern von daher das wäre halt schon noch okay also aber hier sieht man halt auch im daily da muss halt nach unten was nachkommen dringend wenn das hat hier nicht wieder drehen soll und wir nicht seitwärts bekommen also das wäre dann halt hier echt so das absolute maximum wenn halt irgendwie das short noch funktionieren soll also das heißt in dem bereich hier oben vier also ist halt schon die 462 wobei die ab 452 wird für mich wirklich mehr als kritisch für short und hier dann auch wirklich gar nicht mehr drüber über die im bereich über die 480 dass wir das waren so die letzten hoch weil dann haben wir hier wenn man sich das mal fertig vorstellt als bild dann haben wir halt hier wirklich dann ein zeichnen erkennt man es ein bisschen besser machen und dann haben wir nämlich hier tatsächlich schon irgendwo so ein weder weniger ein fertiges reversal an der stelle also ich verspreche ich muss das recht ich mache das zum nächsten mal bringe ich ja irgendwie einen anderen rechner anstatt der geht nämlich immer die knie wenn es hat mal ein bisschen wilder wird ich mache das ist immer ein bisschen vereinfacht damit man es ein bisschen besser wahrnimmt aber ich glaube das sieht man halt auch schon dass das halt hier dann natürlich dann auch irgendwann kritisch wird ja wenn man so ein bild dann hat bekommen das sieht dann hat nicht mehr lange short aus weil das kann natürlich dann halt wirklich schon je länger halt auch hier rum macht und sie mehr sich hier oben rauf schleicht umso wahrscheinlicher ist dann auch die wahrscheinlichkeit dass es dann nach oben dann auch entsprechend durchbricht und wir dann halt hier in seitwärts stranden also leider nicht so ganz einfach kann ja auch nicht immer einfach sein aber so ist das halt so ok also das wäre dann halt so jetzt der punkt also ich traue mich echt nicht hier einzugreifen in diesem markt weil wir vor allen dingen jetzt auch hier in der 15 minuten hat zone bis 350 bis 420 hier das etwa 70 punkte haben wir jetzt hat hier irgendwo eine lunte und das kann natürlich einfach noch mal komplett bis runter und dann hat noch mal hoch das ist halt ein bisschen nicht so wirklich einfach hat hier auch einzufangen also wenn man jetzt als beispiel hat jemand die letzten 15 minuten dann halt mal nimmt und vor allen dingen weil wir halt hier jetzt wirklich an widerstände kommen und sich jetzt hier entscheidet was passiert das heißt kann genauso gut jetzt hier einfach stehen bleiben und vor sich hin eiern und ich glaube nicht dass man an so einer position dann auch noch also viel spaß hat ok so irgendwas neues bei gold noch nicht so hier noch mal irgendwie an dem emma kommen sie 30 minuten aus das bisschen gebe ich dem jetzt mal noch vielleicht funktioniert das ja also hat hier wirklich schon ein paar versuche ja gemacht also einer ist auch mit weit über 100 punkten ja auch ins plus gelaufen der andere dann halt irgendwie minus 10 oder wie viel das jetzt waren im letzten anlauf was ja nicht so wirklich schlimm ist und man die gesamte strecke dann halt eben sieht und so doof es klingt aber man soll natürlich ja schon gucken dass man hat irgendwie so hoch wie möglich da auch ein kommt auch wenn es jetzt hier natürlich auf 30 minuten wenn man sich das halt mal wirklich nur da halt mal anguckt dann könnte man ja schon meinen so das gibt hier irgendwie boden ja und wir ziehen noch mal nach oben der time frame ist aber wie ich halt eben schon gesagt habe für meine begriffe zu klein für gold und auch wenn es dann irgendwie so aussieht so geht jetzt bestimmt hoch hat ja manchmal so komische gedanken so geht jetzt bestimmt das sind genau die sachen die ja nicht funktionieren und aber das und gerade deswegen darf man sich nicht von irritieren lassen weil das auch was wir jetzt gerade sehen hier unten irgendwie so diese bewegung und hier auch der kleine doppelboden den wir haben das ist halt nur bei gold in der gesamtbetrachtung von hier oben kommen hat nichts also ein bisschen drüber noch mal okay und im nächsten anlauf glaube ich nicht dass der hat dann noch mal hält und irgendwann willst du halt auch mal scheppern und ich würde mich da auch nicht das ist halt auch so eine sache die muss man glaube ich auch mal so ein bisschen aus dem kopf rauskriegen ich würde mich auch nicht unbedingt irgendwie daran stören dass jetzt wenn als nach als beispiel nachher hat irgendwie der da und der dax halt wenn die halt fallen sollten ja trotzdem kann gold genauso gut fallen gold ist ein eigenständiger wert und klar ist es langfristig so dass gold er steigt in die indizes halt fallen und umgekehrt das heißt wir haben da schon so eine korrelation das heißt aber nicht dass die jeden tag so sein muss und gold kann ja steigen aber trotzdem wird es dann auch so sein dass dann halt einige sagen mir ist das hier noch zu teuer ich will tiefer rein und dann bezahlt fallen also käufer ziehen den markt ja runter und nicht hoch das ist so also zumindest mal hat wenn man halt von den limits ausgeht weil wenn hier oben keiner kauft wenn aber käufer da sind die bloße nachfrage reicht er hat nicht an der stelle und dann drückt sie mag natürlich dann entsprechend auch runter wenn hier oben keiner mehr dabei ist und deswegen mich stört das jetzt hat hier gar nicht also dieser doppelboden an der stelle war ich da halt schon eher so die größere richtung halt sehe und weil um das jetzt hier auch zu drehen müsste jetzt wir hier wirklich ja auch im tageschart ja auch dann schon wieder ein bärisches ein bullisches engalfing hinlegen und das glaube ich irgendwie nicht nicht nachdem jetzt hier gerade einen bruch hingelegt haben an der stelle da fragt es gerade irgendwie jemand was mache ich wenn die position nicht erreicht würde da muss man halt ja klar also dann halt tiefer versuchen wobei man dann halt aber minimum irgendwie den stunden mit charter halt irgendwie anlegen sollte und dann dort auch wirklich hat auch eher darauf warten dass man halt irgendwie eine vernünftige kerze halt haben also zum beispiel hat sowas und dann dort irgendwie ein rücklauf ob wenn also den kann man dann auch finde ich manchmal prima daumen machen so ein rücklauf der muss nicht irgendwie unbedingt dann mit fibos dann halt passieren aber ich meine einfache frage die man sich ja immer stellen muss ist wie viele kerzen ohne doch und lunte gibt es brauche nur zu gucken fast keine ja und das heißt dann halt eben auch wenn dann zum beispiel so ein ding kommt wie wie gestern ja wenn man das dann gesehen hat und da muss man nicht short reinspringen sondern da kann man ganz gedroht eben auch abwarten weil wir kriegen fast immer in fast jeder kerze oder nach fast jeder bewegung in in jedem rhythmus angefangen von das beispiel jetzt hier mit mit stundenkerzen wir kriegen immer einen rücklauf oder fast immer halten rücklauf und deswegen sage ich halt wenn man dann so was bekommt sollte es noch mal so eine kerze kommt oder hier sieht man sie noch deutlicher da geht es einmal runter irgendwo in der mitte 50 prozent wie viel auch immer da halt abwarten und dann dort halt dann als beispiel reingehen nur solange wird es hat hier solche kerzen haben würde ich da jetzt nicht unbedingt mit drin da halt irgendwie short gehen sondern da versuche ich mich dann erst mal an der limit und sollte die nach unten drehen als beispiel jetzt noch wenn es noch zehn minuten glaube ich jetzt nicht wirklich dran aber sollte so eine kerze dann als beispiel noch drehen und hier unten dann halt enden ja also muss man halt einfach mal genau umgekehrt vorstellen das heißt wir hätten oben lange dort und hier unten dann halt entsprechend den schlusskurs dann würde ich halt versuchen der nähe von der eröffnung von der kerze im rücklauf dann halt noch mal rein zu kommen aber das würde ich dann halt irgendwie schon abwarten also wie gesagt ich finde dass halt gold im h4 getaktet ist minimal findet man da eher was im stunden chart aber drunter nicht wirklich das ist irgendwie nur so ein bisschen rauschen habe ich immer den eindruck aber nichts wo man wirklich halt was daran oder daraus herleiten kann deswegen würde ich da halt jetzt auch mal mindestens dann hat eine stunde abwarten eine stunden kerze falls das hat nicht gefüllt werden sollte und man sieht auch jetzt hier zum beispiel wenn die limit kommt hier oben drüber ist auch noch der ehemal 200 im stunden chart ich sage halt immer so irgendeiner ist ja immer da und hier kommt halt einiges zusammen klar kann er den hat auch noch mal erreichen das ist aber dann okay ich habe ja halt auch hier 20 punkte entsprechend luft das heißt das wird die position dann auch locker aushalten und ohnehin bin ich dann halt auch eher ein freund davon den stopp bisschen weiter zu lassen auch wenn das halt hier auch nicht gereicht hat hier sieht man es deutlicher hier war die position eröffnet an der stelle genau da und habe den stopp tatsächlich auch nur hier drüber gelegt nachher beziehungsweise über das über das letzte hoch genau so war es dahin gelegt was macht er holt genau den das war natürlich echt nett und zieht dann runter so gehörte natürlich muss man halt auch fairerweise dazu sagen das war natürlich auch so ein bisschen dummheit weil wenn man es hat richtig macht und dann nimmt man natürlich das letzte mal kannte hoch und nicht so inzwischen dingen hier da hätte es dann halt auch locker gereicht deswegen dann lieber ein bisschen luft und dann passt das auch wesentlich stressfreier okay ich lasse jetzt halt mal liegen muss man hat ein auge behalten geht ja ec mit gold von daher ich glaube nicht dass das so schnell da halt irgendwo weg rennt so ich habe tatsächlich mal den usd cut hier aufgemacht wird ja immer gelobt bei den nfps das glaube ich nicht ja wahnsinn oder ich wollte mir das ja zumindest mal angucken was da halt passiert weil ich ja damit überhaupt nichts anfangen kann man hat ja wirklich jeder jedes mal hier in dem webinar hat ja jemand gesagt ja usd cut er rennt wieder schmitz ganze und deswegen ist jetzt hier mal drin aber ich habe da halt ich habe noch nie gehandelt man kann halt irgendwie nicht wirklich irgendwas daraus herleiten wobei die bewegung ist natürlich ziemlich übel muss man halt auch mal so was ja auf anhieb sehe mal über die letzten hochs drüber und dann doch wieder runter natürlich nicht so nett also weiß ich ob das jemand gehandelt hat aber das ist halt schon das gemein also alle die hat hier short waren sich auf der sicheren seite fühlen gefühlt haben irgendwie schon seit jetzt ein paar tagen die wurden hier gerade mal schön abgegrast und da hat jemand gesagt danke sondern jetzt mache ich das noch so wie es aussieht bei grün wird die nicht mehr die kerze in den nächsten zehn minuten und dann nach oben durchzuziehen sieht ja eher schon schwer nach einem fehlausbruch aus also wie gesagt ich keine ahnung ich habe da null erfahrungswerte damit kann ich jetzt irgendwie null einschätzen wie man das ding halt handelt außer das hat hier jetzt irgendwie das erste was ich jetzt davon sehe ist halt stop fishing und weiß ich nicht aber wer es kann klar ist doch schön also dann go for it keine frage ok den euro verknall ich mir an der stelle der ist für meine begriffe einfach nur eine oberkatastrophe dieses ewige seitwärts rauf und runter gebimmel was der halt macht und überhaupt nicht irgendwie vorwärts kommen also ich glaube da ist es hat er schon fast sinnvoll seit sieht man ja auch irgendwie seit wochen man gibt irgendwo positionen rein long und short und löst die hat irgendwann auf also kam ja alles irgendwie 100 mal wieder und glaube ich war da irgendwie doch eine sinnvolle strategie aber wirklich gelaufen ist der ja gar nicht also dass diesen wochen kerzen ja und muss man sich halt mal überlegen das heißt wir sind hier seit ich das hoch halt mal als beispiel nimmt bei 155 etwa ist das in dem bereich hier und sind jetzt hier bei 11 und das sind gerade mal irgendwie 300 punkte 400 punkte oder 400 pip in den zeitraum von irgendwie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 wochen also deshalb finde ich hat eine oberkatastrophe also wenn man da halt irgendwie irgendwie im trend das gute man hier oben irgendwo schon drin war und sagt dann ja ist mir egal dann ok aber da reinzukommen dann auch sehr extrem schwierig also weil hat ja ständig wird ja immer wieder dann auch der entry dann hat irgendwie überlaufen und das macht glaube ich keinen spaß also der torsten helwig der macht ihr irgendwie jeden tag und aber da halt eben auch nur eine scouting strategie das ist natürlich noch mal was anderes ich sagte torsten wollte eigentlich vorbeikommen heute aber ich habe ihn noch nicht gesehen der hat morgen schon gelästert in meiner gruppe sonst habe ich auch noch nichts von ihnen gesehen also ich einmal länger schlafen dann kriege ich natürlich überall den sport ist ja klar so jetzt sind wir hier genau erst mal dran an der nächsten macht sich hier wirklich möglicherweise auf in richtung von dem pivot dax wahrscheinlich dann ist auch nicht wahnsinnig viel passiert steht halt auch noch irgendwie auf der stelle rum knapp an der 410 ja also wäre schön gewesen wenn ich die tracer ich habe ja zwei irgendwie auch angesagt und auch versucht laufen zu lassen also einmal halt gold aber auch den dau und das war halt auch bisschen bisschen schade weil da hatte ich nämlich letztens hier den dip gekauft an diesen genau den hier und der ist super gelaufen 270 punkte nach vorne und dann kommt so eine bewegung runter da habe ich halt auch gedacht meine güte dass da braucht man echt auch schon pech dafür damit dass wenn man so ein ding gekauft hat und der da oben wirklich dann steht dass die hat noch mal komplett hier abgegrast wird das war halt echt pech weil das waren echt 270 punkte hier rechts genau auch eingetütelt an der stelle ist natürlich dann auch ärgerlich ich bin halt hier irgendwo dann mit weiß ich nicht irgendwie knapp also es waren keine 100 punkte mehr wo ich dann halt aufgelöst habe das natürlich ist ärgerlich aber okay so ist es halt nun passiert und möglicherweise gibt es ja da hat irgendwie noch mal eine chance aber das sieht schon verdächtig nach seitwärts aus was er hier heute vorhat wir werden sehen so ich glaube ich kann dem gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen jetzt hier an der stelle und daher mit dem trade weiß ich halt nicht die gold bleibt das natürlich hat jetzt erst mal da liegen und macht das glaube ich auch wenig sinn da jetzt irgendwie zu warten dass die gefällt ist also ist noch nicht der fall und aber das hat so generell jetzt mal die herangehensweise und von mir aus kann der hier schieben was man vielleicht noch machen kann ist mal den dau im wochenschart auch mal irgendwie angucken das habe ich noch gar nicht gemacht wir haben ja freitag ist natürlich auch nicht allzu also was halt hier natürlich auffällt und deswegen auch letztens die die 452 das hier ist halt die massivste abwärtsbewegung vom letzten jahr und deswegen ist es natürlich auch hier kein bereich wo es mal ebenso drüber rennt mit dem gleichen aspekt wie es hat vorhin gesagt hat mit dax wir haben halt einfach die damen und herren die das ding hier runter geschickt haben die möglichkeit noch mal genauso teuer zu verkaufen und es findet natürlich erst mal keiner super dass es dass der dau gerade so teuer ist ja und das darf man nicht vergessen und es ist ja nicht so dass die da an der wall street oder wo auch immer da halt irgendwie morgens kommen und sagen oh heute steht aber hoch ja wunderbar dann kaufen wir direkt mal weiter weil es so schön hoch steht nein die sagen natürlich genau wie wie ein händler der jetzt irgendwie weiß ich nicht autos verkauft oder oder was auch immer ja oder bananen weiß der kuckuck die sagen ja verdammt teuer nee das ist ist mir zu teuer ich bin macht er heute mal nichts oder ich weiß ich nicht ob das hat noch mal überhaupt in der form was wird vielleicht mal irgendwie stück abstoßen dann mal gucken ob man nicht irgendwie billiger noch mal reinkommen und so ist es ja hier halt auch und deswegen ist das ja dann halt hier nicht wir sind darüber und wir kaufen jetzt weiter ich meine das machen wir vielleicht so im im daytrading wenn er hat ein punkt überschritten ist und dann kauft man den halt ja und einfach in der erwartung dass wir den den nächsten punkt dann halt erreicht aber wir bewegen halt auch nicht den markt sagt man nicht vergessen sondern wir da kann ja eigentlich nur hinterher und die die den markt bewegen oder dieses große volumen haben oder beziehungsweise umgekehrt die haben ja so ein großes volumen sobald die dann anfangen irgendwo hat hier ihren plan da auch irgendwo durchzusetzen und dann bewegt sich ja halt natürlich der markt das heißt die handeln immer gegen sich selber wenn hier jemand irgendwie 100 kontrakte als beispiel mal den future hat man nimmt da halt irgendwie auf einmal kauft und und der kurs steigt anschließend irgendwie als beispiel fünf punkte und dann hat derjenige keine fünf punkte verdient sondern das ist ja nur letzten endes dadurch dann halt das resultat davon dass er gekauft hat das heißt der steht auch immer erst mal im minus genau wie wir dann halt auch und muss gucken dass halt eben auch noch ein paar andere kommen dies dann halt eben auch noch teurer halt abnehmen das hat immer so ein bisschen das problem das heißt wir haben es da wesentlich einfacher mit kleinen positionen man gibt da halt eine rein und da bewegt man aber dann halt nichts ja mit irgendwie ein zwei kontrakten da passiert halt gar nichts ja und und von daher tut es dann halt auch nicht weh und kostet dann halt irgendwie im future dann halt gerade mal irgendwie die commission und im cfd kostet halt den spread und dann ja man tut aber dann halt nix und so können funktioniert aber die großen logischerweise nicht weil die kommen natürlich dann gleich mit ein paar tausend kontrakten dann um die ecke und wir müssen halt sich schon gut überlegen was machen und deswegen ist es dann halt eben auch so dass das dann halt erstmal immer so aussieht so jay rent und hurra aber da oben kann doch keiner mehr kaufen ohne weiteres ist das funktioniert halt nicht und wer soll denn da noch hinterher kommen die anderen die dann auch irgendwie tausende von kontrakten haben oder tausende von aktienpaketen da halt irgendwie und die sollen sich dann auch freuen dass es so teuer ist die müssen ja gucken dass sie den kram auch wieder loswerden das natürlich dann halt eben auch entsprechend das problem an der sache ganz klar und das muss man immer so ein bisschen im hinterkopf behalten und deswegen dann immer eher mal so das gegenteil annehmen von dem was da hat kommt genau wie im dax eben gestern sieht dann schon aus aber sagen natürlich die die denn halt irgendwo in den plan haben der dann halt vielleicht bis zur decke geht die sagen dann hat aber erstmal ja klasse erstmal wieder günstig da haben wir wieder zu und für uns ist es dann hat passt es dann entsprechend auch zum zum bild eben mit mit den außensteben so ich sehe hier gerade am rande mein gold ist gefällt worden das ist doch schon mal wo sind wir hier ja das ist doch schon mal nett soweit also ist jetzt mal hoch gesprungen wobei der stopp hier ist natürlich ich würde noch bis er noch ein bisschen weiter ziehen und dann hat er noch mal gucken was denn da hat passiert an der stelle beziehungsweise daher dass das kann natürlich darf er natürlich auch noch machen also das maximum wäre halt echt so man ist jetzt halt hier mal im kleineren time frame mal betrachtet so wie im stundenchart hat hier auch so diese support sie hier gebrochen wurden und das passt dann ja auch auch wenn ich kein fan bin vom stundenchart im gold aber vom prinzip her passt es natürlich auch dazu das heißt wir hatten hier ein support der ist gebrochen so und da fehlt dann halt auch so ein bisschen der test den hatten wir zwar hier schon aber kann halt eben auch noch ein zweites mal kommen und infolgedessen sollte es da jetzt auch nicht mal nicht mehr ohne weiteres drüber und wenn man es halt wie ich vorhin gesagt habe wirklich richtig richtig machen will dann gehört natürlich der stopp noch mal eine etage höher das heißt da muss man wirklich hier an die letzte biege irgendwo gehen ja ob man das dann aber halt will das wenn er dann halt hier dann doch immerhin gleich mal hat wo sind wir 76 bis ja fast 80 punkte ist natürlich ein bisschen too much da würde ich dann halt eher sagen nee nee da gehe ich mal irgendwie nur lieber mal eine runde früher raus und guckt dann halt irgendwie dann hat nachher dann halt noch mal drauf so was wieso überhaupt stoppt bei gold war ja sowieso weit weg versteht irgendwie die frage gerade nicht wieso überhaupt stoppt bei gold ich glaube da musst du noch mal irgendwie genauer beschreiben was du meinst robert aber generell passt es natürlich hier eben dazu wenn es dann der meinung ist es muss noch mal hoch dann sollst du es halt eben machen da gehen halt hier die die punkte also die position ist auch nur im bruchteil so groß wie die alte und da gehen hat die paar punkte dann halt im zweites fall noch mal weg handle gold ohne stopp weil die stopp größen viel zu hoch sind verstehe ich immer noch nicht handelst gold ohne stopp weil die stopp größen zu hoch sind welche stopp größen da hat gerade noch irgendwie jemand ganz kurz zum 100 punkte und mehr er muss man ja nicht machen also genau da schreibt einer im de 30 kann ich mir das tagesvolumen nicht anzeigen lassen warum geht das im us eine umgekehrt im de 30 kann es mir anzeigen us 30 nicht das habe ich schon ein paar mal gehört und das hat eigentlich einen ganz ganz einfachen grund und zwar muss man sich dazu mal die zeiteinstellungen halt angucken das heißt wenn nämlich jetzt irgendwie der städter versucht sich da halt an den zeiten die hier eingetragen sind das profil zusammenzubauen und als beispiel da steht eine urzeit drin die es gar nicht gibt und muss man einfach bis in den zeiten rumschrauben und dann wird man sehen dass es dann plötzlich auch funktioniert also es liegt wirklich meistens daran einfach mal eine andere uhrzeit eingeben und dann sollte das eigentlich gehen also lieber robert ich verstehe ich leider immer noch nicht was du meinst mit 100 punkte und mehr oder zehn stopp größen also ich kann ja ich weiß auch jetzt natürlich gar nicht ob du den den städter hast aber der städter definiert stopp gold ja auch nach punkten das heißt man kann ja hier mitteilen was ein punkt letzten endes halt ist und ich habe ja auch kein mindest stopp oder irgendwas und von daher klar mit zehn punkten stopp kommt man gold nicht weil man natürlich schon irgendwie knapp drei punkte da halt irgendwo auf spread hat das bringt natürlich nichts aber wie gesagt ohnehin ist gold hat so ein geduld ding da muss man irgendwie ein bisschen besitz fleisch mitbringen ok gut also was anderes umgestellt noch einen letzten blick auf den dax hat da oben eine runde reagiert und irgendwie kommt noch nicht wirklich über die 410 weg er muss auch nicht unbedingt übrigens auch da oben an die 458 halt dran das ist natürlich auch jetzt nur so ein maximum und generell ist das jetzt natürlich definitiv der bereich wo es jetzt hat auch wirklich drehen könnte nicht muss aber wo es wirklich hat eine chance hat wir sind hier am maximum von der aufwärtsbewegung ja von dieser letzten größeren die kleinere hier die kann man mal ignorieren da war ja nicht viel aber hier die war natürlich schon halt irgendwo ein paar hundert punkte lang und da ist halt entsprechend auch jetzt erstmal ausgereizt das ganze und hier hat es natürlich auch erstmals eine chance wirklichheit komplett zu drehen und ansonsten wäre dann halt die nächste station falls es hat hier nicht reichen sollte muss man einfach halt hier auch nur nach den hochs dann entsprechend dann halt im h4 oder daily also daily vielleicht ein bisschen zu eng ein bisschen zu grob gestrickt aber h4 sieht man es halt schon wo man halt so die klasterungen hat wie jetzt hier und da muss man einfach nur danach suchen und dann sieht man ja halt wo dann auch entsprechend die die nächste chance besteht falls es jetzt irgendwie drüber laufen sollte sondern irgendwie bei zwölft tausend 600 etwa in dem bereich aber wie gesagt ich bin da eigentlich nicht wirklich so überzeugt von bei wir halt schon sehr sehr arg lange geradeaus nach oben laufen hier das darf auch ruhig mal irgendwie bisschen kräftiger reagieren und auch mal wieder ein paar hundert punkte runter das kann schon sein gutes level wäre übrigens falls es das angehen sollte nicht einfach nur die 12 1 1 3 weil sie da steht sondern dann natürlich hat hier auch irgendwo so in dem bereich der hat wenig gehandelt wurde beziehungsweise der halt auch nur durch gekauft wurde und wohl nichts mehr zurückkam das heißt irgendwo so hier in dem segment ist kann ich mal bei gelegenheit natürlich ein bisschen genauer halt irgendwie auch mal rausfinden aber zwölftausend sind wir da ziemlich genau halt noch mal und bis dort hin ist wahrscheinlich ohnehin kommt dann auch einiges zusammen ich sehe hat jetzt zum beispiel gerade den den eben auch wenn ich kann so nicht so ein eben mal freund bin aber der kommt natürlich zum kurs und nicht wir zum ema und da wird auch dann schon wieder einiges zusammenpassen aber das hat auf jeden fall mal ein nettes cluster was man hier auch sieht reagiert runter und dann hoch das wäre halt schon mal wieder also zwölftausend relativ glatt wo er eigentlich problemlos dann auch mal hin könnte von hier oben aber wir werden sehen wie gesagt ich würde mich hier nicht festlegen tendenz würde ich sagen ja 65 prozent geht das ding jetzt erstmal runter ab hier und nicht weiter hoch aber kann genauso gut natürlich auch eben die anderen 35 prozent teils zum tragen kommen aber wirklich sicher ist es halt hier alles irgendwie nicht so okay so dann würde ich an der stelle mal soweit irgendwie auch den deckel jetzt schon drauf machen also gold ist drin das kann dauern damit rechne ich auch und alles andere schwere ich hier an der stelle da halt irgendwo vernünftigen einstieg zu finden was die volumenfunktion im dax zeigen die ist drin oder glaube ich hier ja die ist ja eh an so sieht das ja aus was natürlich jetzt hier schon ein bisschen andere version aber wie gesagt ich bin halt hier auf der beta unterwegs aber hier sieht man er halt auch und das ist ja halt hier ist ja wieder beides übereinander das ist das value profile hier vom ollie klemm an der stelle ist ja hier überlagert mit dem integrierten profil das hier ist ja das integrierte profil im stereo trader und was natürlich jetzt hier im dax also im cfd natürlich nur tick volumen ist aber man kann ja auch seit dieser woche aber fx flat hier auch den den dax im future handel mit dem mt5 mit dem stereo trader mt5 und dort ist es dann natürlich dann halt echtes volumen wie man es aus anderen future plattformen ja halt eben auch kennt und da sieht man wird man auch den unterschied auch sehen das ganze ein bisschen anders aussieht und die werte halt natürlich auch bisschen bisschen andere sind aber nichtsdestotrotz sieht man auch hier also wenn es als beispiel nur das volumen hier verwendet sieht man aber auch hier schon was man damit anfangen kann weil hier oben ist zum beispiel hat genauso wie in dem add-on hier oben haben wir die value area da wurde versucht hier drüber rauszulaufen das heißt das ist eigentlich der zu teure bereich hier oben und das hat prompt nicht funktioniert wenn man mal den ganzen anderen kram außen vor lässt und entsprechend laufen wir hier noch mal zurück und erste anlaufstelle ist der point of control das heißt hier wäre das jetzt im mt4 der mt4 version wäre das hat einfach nur der meist gehandelte kurs gewesen an der stelle wobei der von dem future kann es ja mal irgendwie drüber legen sieht man es ja nicht wirklich weit abweichen sollte das müsste eigentlich schon auch gar nicht so ganz hier sieht man dann schon unterschied hier wurde hat wirklich das meiste volumen gedreht und und das ist der kurs der meisten gehandelt wurde das hat eben der unterschied dann auch vom future zum zum cfd aber nichtsdestotrotz auch hier haben wir halt die die value area schon zumindest mal in der nähe von von der anderen value area und hier unten halt auch also drüber zu teuer drunter zu billig ok eventuell auch beim handeln mit dem future fdax genau also dort sieht man es hat er dann auf jeden fall das heißt dort haben wir dann natürlich auch mit dem integrierten volumen dann auch eine echte volumen glocke an der stelle ok ich bin dann mal so frei und machen der stelle dann entsprechend dann auch mal feierabend und alles besagt soweit und bevor hier noch irgendjemand einschläft machen wir das ganz lieber bisschen kürzer dann oder beziehungsweise sind ja halt eigentlich so lang wie immer auch eine stunde beim sonst auch dann irgendwie kurz vor der markter öffnen dann ja auch aufgehört und in dem timing sind wir jetzt ja halt auch das passt ja alles soweit gut dann sage ich an der stelle mal herzliches dankeschön dass ihr dabei wart demnächst gibt es dann auch übrigens die version 2.5 vom stereo trader die hat hier auch schon fleißig an allen fronten auf live konten getestet wird und wird nicht mehr lange dauern und bin ich natürlich auch mal sehr gespannt wie das angenommen wird und wenn wir natürlich auch das eine oder andere webinar hat noch dazu machen zu den funktionen die dazukommen und dann sicherlich auch mal ein spezielles live trading wo man halt entsprechend auch die sachen dann auch mal sich mal ein bisschen länger mal ein bisschen genauer irgendwie angucken werden wir alles sicherlich machen wird aber noch ein bisschen dauern aber nicht mehr allzu lange und ansonsten sehen wir uns ja auch man haben eigentlich das nächste live trading morgens nelson müßte in zwei wochen sein beziehungsweise eineinhalb wochen also nicht nächste woche hast du tatsächlich mal frei wahnsinn ja okay das heißt wir sehen es dann ohnehin zwei wochen halten noch mal gucken wie weit es bis dahin ist kann sein dass es bis dahin schon durch ist und dass man da vielleicht auch mal ein darf ein bisschen was zahlen auch zeigen kann und dann das deutschland habe ich einen anderen server am start bitte während du dich verabschiedest hier noch mal dein stereo trader mit dem f tax dann kann man das jetzt noch mal zum abschluss sehen ich spreche mit volumen und das ist glaube ich auch deine letzte beta version genau ja sieht zumindest mal verdächtig danach aus also hier sieht man ja halt auch ne point of control sitzt tiefer genau wie bei dem bei dem addon halt auch und das ist natürlich hat alles hier eine runde echter was oder was heißt echter hier ist hat einfach das gehandelte volumen und im mt4 hat man halt die gehandelten kurse und den heiligen kral gibt es nicht weil man kann echt auch sehr oft sehen dass der meist gehandelte kurs genauso oft angesteuert wird wieder der kurs mit dem meist gehandelten oder mit dem höchsten volumen also von daher das ist ja eine orientierung die aber halt sicherlich auf jeden fall gut zu verwenden ist und was man hier ja auch sieht ist halt der nelson hat jetzt nur ein bisschen klein die markt tiefe sieht man ja halt hier auch du kannst mal entweder das oder du gehst auf chart und machst dort hat control klick drauf mach mal control klick auf den auf dieses navigations ding aber so ist auch okay bei dann skalierte halt sofort entsprechend in in den skype modus hat rein ja aber hier sieht man es ja so sieht das ganze dann aus im mt5 mit dem future okay super dann bedanke ich mich bei dir dirk für deine ausführungen heute und für deine zeit wir hatten heute wirklich auch sehr hohe teilnehmeranzahl hat sehr spaß gemacht und die kommen natürlich deinetwegen deswegen freut mich dass ich komm immer ich komm immer deinetwegen komm komm ich auch nicht das hast du schön gesagt ja jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht also das war der plan ja ne danke auf jeden fall weiterhin dass sie dass sie da da interesse haben und das webinar und und wie wir denn so lange dirk lust hat wenn wir das webinar dann entsprechend auch jeden nfp tag weitermachen ich wünsche ihnen eine chance sehr gut ich das war der test hier kannst du nicht nein sagen ja ich wünsche ihnen ein schönes wochenende dir natürlich auch dirk passen auf jede position auf wenn sie heute noch handeln möchten und hoffentlich dann bis zum nächsten mal ich habe den genauen termin tatsächlich jetzt nicht vor augen aber müsste in eineinhalb wochen sein dass wir wieder dienstags dann hier viertel vor neun live trailing mit der kam also von meiner seite aus dankeschön und bis zum nächsten mal von meiner seite auch danke fürs dabei sein danke natürlich auch nelson schönes wochenende in die runde bis zum nächsten mal in diesem theater bis zum nächsten malin